Mit dem Hissen der schwedischen Flagge hat die NATO den Beitritt ihres 32. Mitgliedslandes symbolisch abgeschlossen. Bei der Zeremonie am Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in der belgischen Hauptstadt Brüssel sind Vertreter zahlreicher Staaten anwesend. Schweden hatte den Beitritt kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor gut zwei Jahren gemeinsam mit Finnland beantragt. Als Russlands Präsident Putin vor zwei Jahren seine großangelegte Invasion startete, wollte er weniger NATO und mehr Kontrolle über seine Nachbarn. Er wollte die Ukraine als souveränen Staat zerstören, aber er ist gescheitert. Die NATO ist heute größer und stärker. Die Ukraine ist einer NATO-Mitgliedschaft näher als je zuvor. Die NATO hatte Schweden am Donnerstag offiziell aufgenommen. Das Land gibt laut Generalsekretär Jens Doltenberg bereits jetzt mehr als zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus, wie es das Bündnis fordert.